jetzt kommt aber mal zu dem was ich hier vorbereitet habe seid ihr bereit das hier und das muss ich kurz bearbeiten ist und das kenne ich nicht aber es sieht lustig aus das muss ich kurz in meiner stream info ändern was kam das sieht aus wie ein spiel wenn man voll drauf ist ja wo wird sowieso als erster sterben der westscher nie die hände so und das ist das ist das und ich weiß nicht ganz genau was man genau macht aber irgendwas passiert hier und das ist der anfang spielst aber dann also es war eine tolle welt aber dann was ist passiert genau dann kam irgendwas komisches und dann ist das explodiert aber dann war alles verloren und niemand erinnert sich daran was jemals geschah ist jetzt gerade nicht ich bin in der falschen ecke der kleine mann der traurig ist er in der ecke sitzt und alles verloren hat der kleine und glückliche lehrtaste start wollen wir reinspringen ins abenteuer springt rein lehrtaste in den chat leute start warum bin ich allein das ist der bürgermeister der asd bewegen kann er von der klippe fallen nein rechte maustaste um die kamera zu drehen was ist da hinten wo ist er besoffen das ist ja übel schwierig die kamera zu drehen ein kleinerer stein entdeckung ja fack ja oh gott was ist es spring was nochmal spring nochmal spring ich weiß es nicht ich drehe mal die kamera soll ich da hingehen oder was ich gehe da hin ich gehe da hin oh gott alle diese kamera zu drehen ist so schwer okay los geht's schnell hin schnell hin schnell hin nehmen boah die murke alter was passiert jetzt genau ich wüsste genau mein spiel alter alter es ist ein willkommen zurück stein hallo hi mein erster freund ist ein stein fuck yeah oh ich liebe dich steini fang mich nicht runterfallen steini aufpassen okay alles gut alles gut steini yeah 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 das ist genau mein ding alter so ein richtig kleiner stein hallo steini so los geht's alter wo ist der steini nur ein steinwurf entfernt ja los geht's alter richtig schön hinterherlaufen der bürgermeister okay oh gott oh gott ich hab ich hab ich hab ich eh eh ins herrnchen nehmen eh ins herrnchen nehmen ich kessel ihn ein hab dich oh gott ich hätte ihn fast runtergeschmissen loslassen was machen wir wir drehen uns im kreis yay steini loslassen wähle was muss ich machen achso ich kann jetzt auch den steini machen ich bin steini fang mich ach ich muss jetzt als steini ihn fangen oder was alter was das für ein verrücktes spiel alter oh alter komm herr bürgermeisterchen ich krieg dich richtig ich krieg dich jetzt eh oh gott was jetzt passiert ist das jetzt auch einer ich flippe ich das erika übrigens erika der stein ganz klarer fall was jetzt zum großen stein knallhart am morgen das sind zwei zeichen für den schiss ich bin so bereit jetzt alter erika der stein sekunde das ist das lied zu erika dem stein erika der stein war ja nie allein sie hat einen bürgermeister bei sich sie ist erika der stein war nie mehr allein und ich sag humbe 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 da geht es erika let's go was ist das für ein großer stein hängt sich erika erika ganz allein beim großen stein könnte das der vater sein f das ist genau mein f in chat boys für ein großes mhm mhm in chat boys alle lex mhm was bist denn du für ein riese was ist das für ein kipp was ist das für ein spiel hallo willkommen zurück fels wie geht es dir denn hey bürgermeister händchen halten fangen mit kuh warte ich hole den bürgermeister kurz zu dir ich hole den bürgermeister ich klicke drauf warte ich hole ihn ich hole dich fangen bürgermeister mit kuh zurück ich habe zwei freunde gefunden herr bürgermeister das müssen sie sehen komm gib mir das flösschen oh herr bürgermeister oh was ist denn jetzt los herr bürgermeister oh was passiert denn jetzt oh er ist ja riesig hallo hallo bin ich jetzt wieder der herr bürgermeister oh Gott da ist er komplett aus einer schockstabe hochgekommen hallo wir brauchen mehr freunde er hat eine idee was macht er was ist die idee herr bürgermeister wir kommen rüber schön dich kennenzulernen hallo ich bin übrigens herr bürgermeister das ist erika grüßen wie begrüßen wir uns nee was ist das denn das sieht oh Gott wie eine Bombe was ist das denn für ein bürgermeister so begrüßt er dich wie man magische Bombe verwendet der einsame bürgermeister hatte es nie zuvor bemerkt aber unter seinem Hut verbarg sich eine sehr seltsame Macht F drücken für freigeben okay F ach du heilige Mutter was geht ab mit dem herr bürgermeister alter Q was ist Q und E ach du heiliger und Q und jetzt was machen wir nochmal sagen die warum habe ich kleinen Erika an der Hand nehmen und Hutbombe komm leckst mir um Arsch du alter Herr Bürgermeister was mit ihm los ist du das ist doch kein richtiger Bürgermeister du komm steh auf nimm mal dein Hütchen was passiert jetzt alter das war mich fertig das Game er hatte eine Bombe unbemerkt unter seinem Hut was ist jetzt los er sabbert weil er so glücklich ist was passiert jetzt beginnst du den Wolken was ist jetzt los was ist dieses Spiel ich liebe es näh Herr Sonne da ist er der dicke Mann hallo es gibt die Sonne guten Tag ich mach euch den Sonnenbrat ha 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 what a t a hallo hallo Herr Sonnenmann guten Tag es ist jetzt hell willkommen zurück Sonne hallo Was müssen wir machen? Ich bin so bereit, Alter. Dämmerung eines neuen Tages. F, hallo. Okay, jetzt kann ich hier rumlaufen und Sachen machen, oder was? Was ist das hier? Das ist so der Spawn-Spot. Kann das sein? Da kommen immer neue Sachen dazu. Musst du die Welt wieder aufbauen? Ich glaube schon. I want to keep you shining. Ich habe es nicht ganz genau gelesen. Zeit, sich zu verabschieden. Oh. Tschüss, Spotlight. Anscheinend ist hier alles lebendig. Ich glaube, ich brauche das. Oh, warte. Was jetzt? Was denn? Eine Sache noch. Was denn? Auch das Menü. Ah, mit der Escape. Dankeschön. Dankeschön, Licht, dass einfach da runterkommt, dass ich jetzt meinen Escape... Oh nein. Tschüss. Stirbt das jetzt? Das ist ja die übelkranke Welt. Oh. Wie geschockt. Da ist gerade unser bester Freund Licht gestorben. Tschüss. Oh je, Alter. Was passiert jetzt? Aus Tränen geboren. Ah, guck mal. Wenn wir weinen, dann gibt es, äh, dann gibt es, äh, Boden. Seht ihr das? Wir können die Welt hier bebo- äh, bebo- wir können auf jeden Fall hier geil, geil Dings machen. Seht ihr das? Was passiert denn, wenn wir immer wieder auf den gleichen Spot regnen? Äh, oder weinen? Da kommt einfach mehr Rasen dazu. Ich finde das ganz gut. Die weinen auch. Das ist sehr gut. Vielleicht sollten wir einfach eine Bombe machen. Eine Weinbombe. Ich nehme das mal ganz kurz und dann, was passiert denn jetzt? Hallo. Ach, du heilige Muttergottes und Maria. Ah, jetzt wieder alles gut. Ah, jetzt weint keiner mehr. Das wäre natürlich blöd. Ist der ganze Rasen weg? Ne, da hinten der Rasen ist nicht weg. Ah, doch, jetzt sind sie wieder am heulen. Alles okay. Was ist denn das Menü? Kollektion. Steuerung. Einstellung. Verbindung trennen. Laden. Speichern. Speichern. Laster. Hallo. Bevölkerung vier. Kabumm. Viermal. Höchster Stapel. Drei Meter. Kaka. Nullmal. Hallo gesagt. Einmal. Oh. Steuerung haben wir. Kollektion. Ah, hier sind die. Alter, leckst du mir am Arsch. Hier sind die Steinies. Das ist der kleine Stein. Der große. Und da gibt es ganz schön viele Wattatatatatatams, die wir noch freischalten können, Leute. Nehmen. Nehmen wir mal den Hut. Was ist jetzt los? Ich bin gerade der... Kann ich eigentlich der große Stein werden? Ja, ne? Hallo, ich bin der große Stein. Ich bin ja ganz schön traurig jetzt, du. Ich nehme dich mal mit. Komm, wir weinen das jetzt alles mal hier voll. Oder? Geht der Rasen weg oder geht der Rasen nicht weg? Ne. Der Rasen geht nur weg, wenn ich diese Explosion mache, ne? Das war das Dumme. Jetzt ist natürlich die große Frage in der Mitte. Ach, guck mal. Da können wir drauf weinen. Da ist ja was. Was ist das? Hallo? Bist du Blumi? Hallo, Blumenmensch. Wer ist der große Stein? Ich habe gar nicht drauf... Das ist Daniel. Hallo, Daniel. Hallo. Wie heißt du, Blume? Wie heißt der Blumenmann? Natürlich heißt er. Wir klicken mal drauf. Helga ist es. Es ist natürlich Helga. Ganz klar. Hallo, Helga. Helga, wie geht's dir denn? Mach mal Kabumm. Ah. Die sagt Kabumm. Ich mach Kabumm. Hallo, Helga. Leckst du mir am Ohrschall. Da, guck mal, wie hoch es geht. Der Herr Bürgermeister wieder mit seinen Explosionen, ne? Der ist ja verrückt. Oh, guck mal. Hier ist noch was passiert. Hier ist noch was passiert. Hallo, Spross. Was passiert jetzt? Hallo? Sag mal, hallo. Hallo, Herr Spross. Frau Spross? Hallo? Wie kriegen wir euch da raus? Mit F oder so? Müssen wir euch auch wieder beweinen? Kann die Helga was machen da? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wo ist Helga hin? Haben wir Helga einfach zerbombt? Also so jetzt legit. Wo ist Helga hin? Das ist ja Wahnsinn. Muss ich den Spross vielleicht auch zerbomben? Das Einzige, was ich machen kann, ist nämlich ja... Sind die ja nämlich komplett einfach nur zerbomben. Was mach ich jetzt? Wo ist Helga? Leute, wo ist... Helga! Helga! Wo ist denn... Alter. Die Sprossdinger, ne? Die kriegen jetzt richtig einen drauf. Wer mal der? Wuhu! Was passiert denn jetzt? Oh, Alter. Ich hab anscheinend wieder eine Helga daraus geballert. Oh, was denn jetzt passiert? Oh, oh. Helgas Top ist weg. Helga? Nimm mal wieder deinen Kopfi. Hallo? Hallo? Was kannst du machen? Das ist ein anderes Ding. Oh Gott, Alter. Willkommen zurück, rosa Blume. Hallo? Hallo? Oh Gott, der Kopf ist halt runtergefallen. Das ist ja mega ekelhaft. Oh Gott, da kommt noch was. Eine Blume nochmal. Wie heißt die orange Blume, Leute? Natürlich heißt sie. Und es kommt jetzt gleich... Gerda. Gerda, Helga. Und? Wo ist die andere Blume? Wie heißt du? Wie heißt du, Blume? Oh, die wollen alle einen Kabum. Das ist genau. Wie numbers bitte? Vielen Dank.